Wahr. Ich glaube, er meint den blauen, ne? Und ihr habt geknallt? Äh, ja. Von? Mir. Von dir? Ja. Warum? Weil hier auf einmal Sivereni wieder war. Und du hast auf den Boden gelegen und ich bin an dir im Kreis gelaufen und du hast auf mich gezielt. Und dann anscheinend auch geschossen, ich bin mir nicht sicher. Nicht wahr, da kann ich nicht. Ja, aber du hast dich auf jeden Fall bewegt, das war merkwürdig. Ich denke, es ist schon mal ein 40er. Ich habe schon bewegt, warst du nicht mehr? Nee, oder warst du nicht mehr? Was hast du gemacht, das? Vielleicht was? Keine Ahnung. Ey, ich bin geschwind dann mal auf, weil ich muss kochen. Jo. Okay. Ich komme dann ungefähr in einer halben Stunde wieder. Und dein, dein Stuff? Dein Stuff? Ach, scheiß. Ins Auto. Gut. Oder so. Ja, mir eigentlich egal. Aber wenn es mir egal ist, dann mache ich mir die Mühe nicht. Fährst du schon wieder mit der Karre? Ja, ich brauche ein Scrap-Metal. Also, wir spielen uns zur Show. Jo. Jetzt hast du hier drin. Habe ich. Ach, um Streit kommen. Hahaha. Haha. Hahaha. Untertitelung des ZDF, 2020 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 BKM Hier liegt ja gut was rum Was hast du gesagt? Hier liegt gut was rum Das sollt nix damals Hier liegt gut was rum, sag ich Ja, aber das sollt nix Wieso das soll nix? Das sollt nix Kein, hallo, Material Achso, ja, eh, das stimmt Wo bist du? Der hat doch gesagt, der Polizei, die Dings Hat mir gerade eine M14A rausgeholt Ich brenne Heli? Ich brenne Ja, ich seh's Mach's ja nix Wo ist er? Da hinten Das ist aber ein Das ist aber ein Prager jetzt Schieb's da einfach mal drauf Bleiben wir? Ich glaub schon Wie vieles Ausbeute haben wir ja doch Ja Zwei Engine Parts M14 Auto Auto Oh, da läuft ein Schwein Oh, da läuft ein Schwein Ein Schwein Was ich jetzt aber nicht schlachten würde Dann laufen wir jetzt nicht vor die Karre mit deinem Gehörne da Ich bin dabei Ja, mach doch Ja Komm hier jetzt, mach es Los, hoch rein Ich tue es ja schon Mensch Guck mal diese Hektik Schneller Ich hab die vier Saktionen Ne, fünf Ja, einer ist im Auto noch Ja Wer piept denn hier so? Das ist Belly Was? Piepen? Ja, du hast die ganze Zeit so Hintergrundgeräusche Achso, ihr sagt doch mal, ich hab Fernsehen an Ja, du, mich stört's nicht Ach gut, in der Aufnahme kommst du nicht so gut Habe ich jetzt aber auch nicht dran gedacht Na, das kann mal was Neues, ne? Ja, vor allem, äh, so lustig Ich bin die ganze Zeit am Aufnehmen, ne? Falls mal irgendwas Interessantes passiert Und dann war kurz Server Restart Das heißt, die Aufnahme wurde unterbrochen Und in dem Moment, als wir wieder raufkommen Habe ich natürlich nicht dran gedacht Äh, wieder auf die Taste zu drücken Ja, super Und dann kam Action Ja Die ganze Welt hätte sehen können, weil ich ein guter Gamer bin Und jetzt Na ja Na ja Hätte das berühmt werden können, Belly Genau Hey Hey Eingetan Alles klar Jetzt hab ich dir dann schon zu viel So, da ist noch ein Viper Wah? Hä? Hä? Kann nicht sein Hä? So, mach mal geil, Belly Haben wir mal ruckzuck eine Garage fertig gekriegt So, woher bist du da? Du hast den Namen noch nicht geändert, Viper, oder? Äh, doch Äh, das wird doch Juhu, Garage ist fertig Gut sehen Dankeschön, Bellamy Dankeschön Hau ab da Ich hab ein MG Hau ab da Ich hab ein MG Bin ich schon drinnen, oder was? Ich seh das so schlecht Ich kann nicht gehen gehen Ach Gott Sollte ausreichen Ja, sieht gut aus Ja, hammergeil Ja, hammergeil Was? Komm schon, Wolf, lauf! 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 Wollte da Richtung Burg gerade eben Da kamen die mir irgendwie Waren die links von mir Und hinter mir Wollt schon voll angeschossen Ich glaub vom AK Ähm, MK 48 Komm, hier suchen wir jetzt erstmal einen Heli Ja, da bin ich auch für Ich muss erstmal Will ich den Transit leer machen Scheiße, ich muss mich verbinden Dann helfen wir, Wolf Ja Ich bin dort Okay Von wem? Flo Ja Mit was? M4 M4 A3 47 Meter Scheiße, die waren zu zweit Das sind die meistens Ach komm Wir fliegen da gleich hin und dann Wir sind schon noch da Ah, Sex müssten sie haben Ich würde gerne losfahren, aber der Archie, der bringt Ja, ich bin ja gleich da, lass mich doch mal eben meine Waffe wechseln und dann geht das hier gleich los So, jetzt brauchen wir eben Munition Archie ist doch gar nicht mein TS Was? Natürlich Archie, sagst du irgendwas? Ja, ich red die ganze Zeit Ja, ich red die ganze Zeit Hallo 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 Hallo, hallo Wo ist Archie denn? Ihr von einem TS Hä, ich red doch was, warum hört ihr mich nicht? Hallo Archie Ich höre Archie Ich höre Archie Ich höre Archie Channel switched Channel switched Hört ihr mich jetzt? Oh ihr Wichser ey, oh mein Gott Aber ich verrate doch nicht gleich alles Hallo Max Scheiße, da Hallo Max, wo bist du? Gerade am Connecten Ja, ähm, im Lager? Ja, ich stehe im Lager mit meinem Haus drin Ähm, Waffen nehmen, Ausrüstung und dann suchen wir uns eine Hewie und dann geht auf die große Insel Ja, können wir machen Ich bin der scheiß Floh Ich hab Ich hab Und ich Hab so derbe gute Laune Mich kann halt gar nichts mehr ficken Ich hab Hände die, ähm, weg zu packen Mhm Guck mal eben den Brandi-Vorp, der bleibt Äh, in Blitrad Da bleibt ja nie bleibt Was hier ist auch einer? Ja, nie Wo denn? Danke Ja, ich kenn die ganze Spawnpunkte nicht Also Auf welche? Auf welcher Entfernung soll ich Equipment mitnehmen? Hä? Ich hab, ähm Ich hab auf Range Ich auch Also der hat jetzt nicht DMR mit zwei Munitionen Da steht einer Das steht Aber der ist ein Prager Ja, aber warum ist der hier? Keine Ahnung Gelandet? Mal gucken, ob wir da was ausbauen können oder so Zeig mal den Ort und fahren mal weiter Warte Ey, hier baut einer ein Haus Nee Nein, das ist eine Sandkiste Hier in der Nähe kannst du doch gar nicht bauen In der Nase Hast du da Draht auch schon drin oder ist los? Halb Ah, okay, das erklärt einiges 20, 20, 20 Den könnte ich eigentlich, glaube ich, sofort losfliegen, oder? Hm Sprit fehlt halt Ja, der Ju ist hier, komm Ja, bin schon da Wo bist du? Ähm In den Garagen Hinter der Polizei da sind so vier Garagen Ach da Ja Ja, ja, ich seh schon So, Wolf, wir rächen dich gleich Na, oder wir holen ihn zumindest erstmal ab Ja, das wär besser кон Popular